Hallo! Lektion 1, die ich gelernt habe vom letzten Mal. Man muss sein Handy immer quer halten, dass das Video-Bild schöner ist. Ich zeige euch jetzt mal unser Set. Guckt her. Hier. So schaut es aus. Ganz schön hell, gell? Ja, ja. Da wird man ganz schön blendet. Und da ist der Max. Ja, mehr gibt es gerade auch gar nicht zu sagen. Wir haben jetzt gerade ein paar Sachen aufgenommen. Ah, ist das gehört? Das war ich. Wir haben gerade ein paar Sachen aufgenommen. Und jetzt schaut der Max das mal an, ob das gut ist oder nicht. Ich habe gerade gewackelt, Max. Also, das Kamerabild ist wieder super mit mir. Aber das weiß er ja schon, gell? Genau. Tschüssli, bis zum nächsten Mal. Oh, warte, verkehrt. So rum. Liebe Freunde, wir haben Seiten tauscht. Ich bin an der Kamera. Hinter der Kamera. Siehen wir dich? Hilfe, ja. Das ist sehr neu hier gerade. Schaut mal, ich bin eine Kamerafrau. Also, ich tue so etwas an. Und, Max, was sagst du zum Essen? Yummy. Es ist serviert. Es gibt Würstel. Yummy, 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 I got love in my tummy. Ne, 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 ne. Wir bauen hier gerade auf, wie ihr seht. Max, wo bist du? Kann man den sehen? Warte, wo ist der Max? Da ist er. Und jetzt werden wir noch ein gleicher Aufnehmer. Und ich bin gerade beschäftigt mit einem Mikrostender. Und ja, eigentlich gibt es nicht so viel Interessantes gerade zum Sagen. Aber ich wollte mal Hallo sagen. Hallo. Das hier ist übrigens eine Katze. In die singe ich jetzt rein. Voll eklig eigentlich, ne. Ah, du. Ja, Max, das ist eine Leuchte. War ich schon immer. Max, du bist eine Leuchte. Das sind sie genau, wenn du nicht mit deinem Gesang. Bei deinem Gesang. In die Sparkle dann plus. Sauerst rausz, deinem Gesang. Bei deinem Gesang. Bei deinem Gesang. Ich bin deinem Gesang. I wanna hang with the greatest guy, way to go, but it's worth the wait, no. You haven't did the best of me, I'm still working on my masterpiece. Enough. Right line, God, I'm perfectly incomplete, I'm still working on my masterpiece, and I wanna hang with the greatest guy, way to go, and it's worth the wait, no. You haven't done the best, Omi. Number 1 is finished, and number 2 is done. Computer is done. I already filmed on the top, it's very bad. I have to forgive you, I already filmed on the top. Oh, oh, that's right, that's right, that's right, that's right, okay. What did I say? Ah, exactly, it's going to be again, right? And I cooked, so I cooked. Na ja, ich habe etwas mitgebracht, und zwar Wurst und Brot und Käse, hier, Käse, Käse. Und das essen wir gleich. Und nach dem Verzehr des Essens geht's mit voller Kanne wieder weiter an die Arbeit. Ich muss gerade so Überbrückung machen vom Weg, weil ich bin erst jetzt gleich bei Max. Also, Max, Max, Max! Ali, hallo. YouTube-Export läuft. Ich sehe mich. Sieh meine was? Ich sehe überhaupt nicht, ob man was sieht. Auf meinem Handy. Ego. Ich habe mir was nicht so gemacht. Emos machen doch immer so Fotos. Du musst am Böse gucken. Und traurig. Oh, du kannst es ziemlich gut. Hast du früher immer solche Profilwälder gemacht? Gibst du! Okay, ich muss jetzt aufhören. Wir essen jetzt. Tschüss!